Was geht ab liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Michael Smolik war bei einem sehr interessanten Video bei William Nivjara und hat dort ein Interview abgegeben, wo er über alle möglichen Dinge gesprochen hat. Sei es von seinen Beziehungen bis hin zu Ringlife und Äckerlin und Stoff im MMA. Sehr interessante Dinge. Das ganze Interview packe ich euch gerne mal in die Videobeschreibung, Freunde. Ist ein sehr, sehr nice Ding geworden. Auf jeden Fall harte Fragen gestellt, aber Michael Smolik ist ein Profi, antwortet nur so oft die Dinge, wie er muss und lässt das andere Zeug in dem Sinne weg und bleibt sachlich in dem Sinne. Finde ich auch gut. Ist einfach mega professionell. Kann man auf jeden Fall nichts anderes zu sagen. Aber in diesem Video sprechen wir über etwas, was sehr interessant war. Die Themen mit Äckerlin haben wir so noch nicht gehört, die Michael Smolik hier angesprochen hat und sind deftig und kräftig, Freunde. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like und ein Abo da, denn 62% haben dies noch nicht getan und schaut unbedingt noch bei ESN vorbei, denn heute bis 23.59 Uhr könnt ihr noch den Code NOTIME nutzen, um vier Produkte zu kaufen. 25% spart ihr denn das, denn ihr müsstet nur drei Produkte, denn ihr müsstet nur drei davon bezahlen, Freunde. Michael Smolik und Christian Äckerlin ist eine Sache, die schon ein Jahr lang währt und wirklich mal interessant zu sehen wäre auch, wie das ganze Ding eigentlich angefangen hat, was genau da passiert ist und wie das ganze Prozedere eigentlich seinen Laub genommen hat. Michael Smolik sagt hier ganz klar und deutlich, hey, Äckerlin wird diesen Kampf meiner Meinung nach nicht annehmen, weil böse Zungen, wie William auch gesagt hat, wirklich behaupten, wenn Äckerlin den Kampf gegen dich verlieren sollte, würde seine Karriere vorbei sein, weil er auch schon 35 Jahre alt ist. Und Michael Smolik hat dem so ein bisschen zugestimmt, aber eher in dem Sinne, weil die Gesellschaft oder die Zuschauer das dann halt so sehen würden, aufgrund dessen, weil Christian Äckerlin laut Michael Smolik halt einfach auch viel Trashtalk, viel beleidigt hat, laut war im ganzen Vorfeld und ja dann einen Kampf gegen ihn zu verlieren, würde seinem Image einfach nur schaden und dies kaputt machen. Michael Smolik sagte hier etwas krasses, er sagte nämlich, Christian Äckerlin könnte durch sein ganzes Gerede im Vorfeld einfach der neue Mo Abdallah werden, würde er gegen mich kämpfen und dann verlieren. Insofern ist er auch der Meinung, dass der Kampf zwischen Christian Äckerlin niemals zustande kommen wird. Es wurde so viel geredet, aber Äckerlin wird älter, die sind bei anderen Organisationen. Michael Smolik glaubt fest daran, dass dieses Ding einfach gar nicht mehr zwischen den beiden kommen wird, obwohl es so krass gehypt für MMA Deutschland wäre, aber für Äckerlin würde einfach zu viel auf dem Spiel stehen. Also sagt hier, ja, Smolik in dem Sinne, dass Äckerlin einfach diese Aktion, diesen Fight nicht riskieren will. Er würde auf jeden Fall gewinnen, sagt er gegen Äckerlin, ja, das weiß er, da ist er sich bewusst und deshalb würde Äckerlin diesen Fight niemals annehmen. Finde ich mega interessant, ja, also dass er sagt, hey, Äckerlin würde durch sein Gerede der neue Mo Abdallah werden, so wie er es halt gesagt hat und das ist natürlich damit assoziiert, dass ganz viel Hate und dementsprechend auch, ja, viel von Leuten so wahrgenommen wird, als könnte man diese Person wenig ernst nehmen aufgrund des ganzen Geredes und dann halt nicht abliefern. Das würde er damit wahrscheinlich meinen mit dieser Aussage. Aber so ist es halt in der Kampfsport-Community. Die sind hart, die sind nasty, aber schreibt mir auch mal dazu gerne in die Kommentare, wie würdet ihr das ganze Prozedere sehen? Was seid ihr zu den Worten von Michael Smolik? Lasst ein Like und Abo da Freunde. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May.